Ja, ich begrüße Sie ganz herzlich zum Spezialtraining Traffic und Umsatz. Erfolgreiches Marketing für Dienstleistungsanbieter, Produktverkäufer, Trainer und Berater. In diesem Training geht es darum, wie man automatisiert Traffic und Umsatz generiert. Und wir zeigen unsere erfolgreichste Marketingstrategie zu automatisierten Traffic-Generierung und Umsatzsteigerung. Es ist also extrem spannend, was Sie hier gleich in diesem kostenlosen Training sehen werden. Wir haben ja alle ein Produkt, ein Angebot. Das kann eine Dienstleistung sein, das kann ein Produkt sein. Und dieses Produkt haben wir ja auf einer Webseite platziert. So der Normalfall. Und jetzt geht es natürlich darum, wie ich denn auf diese Webseite Besucher generiere. Das heißt, vielleicht habe ich beispielsweise 100 Besucher auf der Webseite, die im Durchschnitt 10 Verkäufe generieren. Ich habe also dadurch einen Umsatz von 100 Euro. Jetzt könnte ich einfach sagen, okay, ich mache irgendwo Werbung und dann habe ich 1000 Besucher. Das heißt, ich habe dann 100 Verkäufe und somit 1000 Euro Umsatz. Bevor ich aber auf die spezielle Traffic-Generierung eingehe, ist ein Punkt extrem wichtig. Und diesen Punkt möchte ich mit euch zusammen anschauen. Das ist auch wieder ein Punkt, der viele Schüler, auch gerade bei der Wirtschaftsinformatik, wo ich ja den Social Media und Online Marketing Manager Kurs durchführe, immer wieder falsch machen. Und zwar ist es ja ganz wichtig, dass ich zuerst mal schaue, dass ich die Prozesse auf der Webseite optimiere. Das heißt, ich habe vielleicht eine Home-Seite, das heißt eine Landingpage, dort wo die Menschen landen. Nehmen wir mal an, ich hatte da eben die 100 Besucher. Dann, wenn es ein Online-Job wäre, haben wir vielleicht 50, die noch den Warenkorb besuchen, 45, die noch auf die Seite Payment kommen und dann haben wir 10, die tatsächlich am Ende gekauft haben. Das heißt, ich habe ein EPV, ein Earning per Visitor, was ich verdiene pro Besucher von einem Euro. Wenn ich jetzt also zuerst diesen Prozess auf der Webseite optimiere, dann schaffe ich es vielleicht, dass ich am Ende eben 40 Abschlüsse habe. Das heißt, ich habe immer noch die 100 Besucher. Ich habe aber statt 10 Abschlüsse 40 Abschlüsse. Heißt, ich mache am Ende 400 Euro Umsatz, habe ein EPV, ein Earning per Visitor von 4 Euro. Das heißt, bevor ich überhaupt in die Werbung gehe, ist es ganz wichtig, dass ich zuerst die Prozesse auf der Webseite optimiere. Jetzt ist natürlich die Frage, was kann ich denn tun auf der Webseite? Ganz wichtig, was haben wir für Möglichkeiten? Ich kann mit Farben mehr Vertrauen generieren. Das heißt also, rein theoretisch, mehr mit hellen Farben arbeiten, mit dunklem Content. Das heißt also, mit dunkler Schrift. Das heißt, dass der Kontrast gegeben ist. Ich kann mit Bild- und Videomaterial mehr Vertrauen generieren. Wenn es ein Produkt ist, gucke ich natürlich, dass ich Produkt bilde, dass ich ein Video habe zu diesem Produkt, damit man das auch sieht. Ganz wichtig auch die Keyword-Analyse, damit ich genau weiß, wie suchen die Menschen denn meinen Content. Damit ich auch diese Keywords wiederum auf meiner Webseite wiedergebe. Damit die Menschen, die auf meine Webseite kommen, sagen, das ist genau das, was ich eben suche. Dann ganz wichtig, Referenzen. Wenn ich also irgendwie die Möglichkeit habe, Bewertungen einzufügen, Referenzen einzufügen, soll ich das unbedingt machen. Support und Chat, also auch da sehen wir immer wieder, gerade bei der Analyse, dass die Über-uns-Seite, das Impressum, das sollte natürlich auch immer wieder vorhanden sein. Die Support-Seite an sich, es gibt einen Support, das funktioniert. Auch ein Chat unten rechts auf der Seite hilft Ihnen extrem. Da können Sie ganz wertvolle Informationen abgreifen. Auch da gibt es wunderbare Möglichkeiten zum Bereich Chat. Auch dazu werde ich sicherlich ein Video machen, nur zu diesem Bereich, weil ich da gerade, wenn die Menschen auf der Seite sind, sind es kleine Fragen, die die haben. Und wenn ich die dann zukünftig auf der Webseite einbinde, habe ich erneut eine höhere Conversion. Der Call-to-Action auch ganz wichtig. Es gibt viele Webseitenbauer, für die ist es ganz klar, dass der User hier und da durchgeht. Aber der Call-to-Action ist extremst wichtig, dass der immer richtig platziert wird. Bei einem Online-Job ist es relativ einfach. Man legt das Produkt in den Warenkorb, dann geht man Schritt für Schritt weiter, bis bezahlt ist. Aber gerade bei Dienstleistungsseiten ist es oftmals so, dass der Call-to-Action nicht klar ist. Das heißt, wenn Sie auf der Angebotsseite sind, dann platzieren Sie unten ein Call-to-Action. Was ist der nächste Schritt, der dieser User machen soll? Er soll Sie kontaktieren. Dann schreiben Sie das unten auf die Seite mit einem ganz klaren Call-to-Action auf die Kontaktseite. Freebie, auch ein riesengroßes Thema. Nehmen wir an, Sie haben ein Angebot für 1.500 Euro. Jemand kommt jetzt auf Ihre Seite und jetzt soll einfach so 1.500 Euro ausgeben, obwohl er sie noch gar nicht kennt. Das heißt, wir müssen ja irgendwie Vertrauen generieren. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das können wir beispielsweise, nehmen wir mal an, Sie sind im Bereich Burnout tätig, helfen Menschen, die einen Burnout haben. Dann gibt es natürlich viele, die das anbieten. Jetzt machen Sie beispielsweise ein Video und erklären, was passiert, wenn man zu Ihnen kommt. Was sind die ersten Schritte? Vielleicht geben Sie zwei, drei Tipps, die man schon mal anwenden kann, damit man einfach mal von ein bisschen runterkommt und sich besser fühlt. Das generiert Vertrauen. Man hat das Verstehen, was passiert, wenn ich eine Kontaktanfrage mache. Und auch da wieder am Ende vom Video ein Call-to-Action. Was soll der nächste Schritt sein? Sie melden sich über unser Kontaktformular bei uns für ein kostenloses Erstgespräch. Und auch da wieder ganz wichtig, dass ich solche Freebie-Möglichkeiten oder eben Vertrauensmodule einbaue. Wenn ich das Ganze habe, das heißt, ich habe die Webseite optimiert, dann kann ich in den Bereich Werbung gehen. Das heißt, jetzt ist die Frage, wo hole ich relevanten Traffic? Das heißt, Besucher, die auch wirklich an meinem Angebot interessiert sind. Jetzt habe ich natürlich die Möglichkeit zu sagen, okay, ich mache Facebook-Werbung, ich kann Google-Werbung machen, ich kann YouTube-Werbung machen. Aber auch hier, ganz wichtig, dass ich analysieren kann, 100 Besucher kommen über Facebook, 100 über Google Ads, 100 über YouTube. Jetzt muss ich doch wissen, über welchen dieser Kanäle sind denn die meisten Verkäufe generiert worden? Oder vielleicht habe ich das Ziel, Anfragen zu generieren. Dann muss ich doch wissen, über welchen dieser Kanäle hat es die meisten Anfragen gegeben? Und da ist ganz wichtig, dass ich ein Conversion-Tracking auf meiner Seite habe. Weil sonst kann ich überall Geld ausgeben. Es gibt hunderte Möglichkeiten, wo ich Werbung platzieren kann. Wenn ich aber nicht analysieren kann, welcher Kanal denn der wichtigste ist, dann habe ich verloren. Das ist doch wie im Aktienhandel. Ich weiß, auf Aktie A setze ich 100 Euro und mache am Ende 1500 Euro. Und auf Aktie B setze ich auch 100 Euro, mache aber nichts, mache Verlust. Das ist extremst wichtig zu wissen. Das kann man beispielsweise mit Google Analytics. Ich zeige Ihnen das gleich mal hier live auf meinem Computer. Wir haben hier jetzt beispielsweise Google Analytics. Ich kann jetzt hier unterhalb, sehe ich die einzelnen Kampagnen. Auf der linken Seite unter Kampagnen sehe ich, okay, da sind sie, die Google AdWords Kampagnen. Und ich kann jetzt sagen, wir nehmen mal einen Zeitraum vom letzten Monat. Sage anwenden. Und sehe jetzt genau, okay, ich habe mit einer Investition von 14.000 Euro, habe ich 75.000 Euro Umsatz gemacht. Oder das Ganze kann ich natürlich auch im Bereich Akquisition, Übersicht, Quelle Medium analysieren. Das heißt, auch hier gehe ich wieder Umsatz sortieren und sehe, okay, ich habe über Google CPC Werbung beispielsweise habe ich 75.000 Euro Umsatz gemacht. Über Bing CPC Werbung habe ich beispielsweise 5.000 Euro Umsatz gemacht. Über einen Newsletter, den ich versendet habe, habe ich 6.000 Euro Umsatz gemacht. Das muss ich doch alles analysieren können. Ich muss doch genau wissen, worüber sind die Menschen gekommen und was für ein Umsatz ist dabei entstanden. Weil sonst habe ich keine Möglichkeit, im nächsten Monat zu entscheiden, wo investiere ich denn überhaupt mein Geld. Wie ich so ein Conversion Tracking einrichte, ist ganz einfach. Ich gehe einfach bei Google Analytics auf Verwaltung, dann gehe ich hier unter Zielvorhaben und dann sage ich, ich möchte ein neues Ziel erstellen. Dann sage ich, ein benutzerdefiniertes Ziel, weiter. Dann gebe ich den Namen ein, beispielsweise hat eine Kontaktanfrage gemacht. Kontaktanfrage, dann sage ich, das ist ein Zieltyp, klicke auf Weiter und jetzt sage ich, es beginnt mit. Und jetzt haben Sie eine Webseite und das Kontaktformular ist auf einer Seite. Und wenn man das Kontaktformular ausgefüllt hat, beispielsweise, oder wenn man am Ende vom Online-Shop auf die Danke-Seite kommt, nach der Bezahlung, dann hat ja diese Seite eine URL. Und hier gebe ich nichts anderes ein als Slash und dann der Name von dieser URL. Danke für Eintrag. Das heißt also, die URL nach dem Kontaktformular-Eintrag wäre jetzt deine-Seite.com Slash Danke für Eintrag. Oder es wäre die Danke-Seite nach dem Kauf, dein-Shop.com Slash Danke für den Einkauf. Das heißt also, diese URL gebe ich hier ein. Dann kann ich einen Wert definieren und ich könnte sogar noch eine Trichter-Visualisierung machen. Das geht dann ein bisschen zu weit. Wichtig ist, dass Sie das hier definieren. Und dann können Sie auf Speichern klicken und schon haben Sie dieses Ziel integriert. So, gehen wir mal wieder zurück. Ich klicke also auf Akquisition. Dann gehe ich auf Zugriffe, Quelle Medium. Und jetzt kann ich zum Beispiel sagen, okay, ich wähle das Ziel der Registration aus. Das ist also die Zielseite nach der Registration. Wie viele Registrationen haben wir denn, also Opt-ins haben wir denn generiert? Wir haben 3131. Ich kann auch genau sehen, aha, über Google organisch, das heißt allein über Google, ohne dass wir was ausgegeben haben, gab es 825 Registrationen, eine Conversion von 26%. Das sind Daten, das sind Fakten, die Sie wissen müssen, damit das Ganze funktioniert. Google Analytics ist völlig kostenlos, also empfehle ich euch, das Ganze auch wirklich zu verwenden. Das heißt, wir wissen also genau am Ende, über welchen Kanal, wo wir Werbung gemacht haben, ist denn was passiert. Und nur so weiß ich auch, wo ich zukünftig mein Geld investieren sollte, gerade in der Werbung. Weil es ist ein ganz einfaches Spiel. Ich gebe 100 Euro aus und mache dadurch Umsatz. Oder ich gebe 100 Euro aus und mache dadurch keinen Umsatz. Wenn ich das aber nicht weiß, dann können Sie das Geld gerade so gut zum Fenster rausschmeißen. Die Frage ist also jetzt, wo hole ich denn qualitative Besucher her, die eine hohe Conversion aufweisen? Und das sind die Besucher, die genau im jetzigen Augenblick nach ihrem Angebot suchen. Das heißt also, wenn Sie eine Plakatwerbung machen, dann sind das zwar 1000 Leute, wenn überhaupt ist einer interessiert. Das heißt, der Streuverlust ist sehr hoch. Wenn wir also möchten, dass die Besucher, die auf die Webseite kommen, das heißt die Werbung, die wir irgendwo platzieren, den Content, den wir irgendwo platzieren, wenn wir möchten, dass der qualitativ ist, dann müssen wir das so platzieren, dass der nur dann gesehen wird, wenn auch die Menschen nach meinem Angebot suchen. Jetzt ist natürlich die Frage, wo finde ich die Besucher, die genau jetzt nach meinem Angebot suchen oder mein Angebot haben wollen? Ist das bei Facebook, wo ich beispielsweise in einem sozialen Netzwerk Werbung mache? Ich kann zwar die Zielgruppe auswählen, die sollen zwischen 30 und 60 Jahre alt sein, die sollen interessiert sein an Hunden, aber ob die genau jetzt mein Hundefutter haben wollen? Dadurch, dass sie ja bereits selber schon getestet haben und jetzt das perfekte Hundefutter bereits besitzen, ist halt die Frage, wie hoch ist da der Streuverlust? Bei Google, Google ist interessant, weil bei Google sucht man etwas in der Suchmaschine und genau das, zum Beispiel Hundefutter kaufen, genau das bieten wir an und dann ist das natürlich wieder ein Besucher, der gerade zum jetzigen Zeitpunkt an meinen Dienstleistungen interessiert ist. Das heißt also, dort, wo Menschen mit einem Keyword suchen nach Ergebnissen, da müssen wir uns platzieren. Wenn wir Babypuder verkaufen, müssen wir uns dort platzieren, wo Menschen jeden Tag nach Babypuder kaufen suchen. Dann machen wir ein Beispiel hier bei Google. Ich gebe oder jemand gibt Babypuder ein, das ist sein Bedürfnis und wir platzieren uns unterhalb, sei das als Werbung, sei das als organisch, platzieren wir uns mit unserer Website und wir wissen, dass jeder Besucher über Google, der nach Babypuder kaufen gesucht hat und auf meine Webseite kommt, wissen wir, dass der an meinem Angebot interessiert ist. Ich habe schon früh angefangen, solche Seiten, die ein Suchverhalten aufweisen, die ebenfalls sehr gut bei Suchmaschinen indexiert werden, in einer Excel-Tabelle aufzunehmen. Das heißt also, das sind beispielsweise alles Seiten, wie nehmen wir mal Soundcloud, wo man Audiodateien oder Hörbücher hochladen kann, wo Menschen auf Soundcloud nach Themen suchen, wie Babypuder, wie Coaching, wie Burnout, Hilfe, was auch immer. Und wenn ich dort einen Audio-File platziert habe, dann kann ich durch dieses Audio-File Mehrwert generieren. Ich kann durch dieses Audio-File Vertrauen generieren. Der hört jetzt zum Beispiel meine Tipps, die man machen sollte mit Burnout. Unterhalb von diesem Podcast ist der Link zu meiner Seite. Das heißt, wenn der überzeugt ist von mir, dann kann die Seite auch ein bisschen katastrophal aussehen. Der ist so überzeugt, der macht die Kontaktanfrage. Ob die Webseite jetzt sehr seriös ausschaut oder nicht, weil wir ihn optimal vorbereitet haben auf das, wo er dann macht. Nämlich eine Kontaktanfrage auf meiner Seite. Er hat das Vertrauen durch das, was er gehört hat und sagt, doch, das ist ein Experte. SlideShare beispielsweise ist eine Plattform, wo ich eine PowerPoint hochladen kann. Auch da kann ich natürlich durch diese PowerPoint Mehrwert generieren. Und am Ende des PowerPoints kann ich beispielsweise mit einem Link auf meine Website verlinken, auf meinen Online-Shop. Der Vorteil ist, dass alle diese Portale sehr gut bei Google, Bing etc. indexiert sind. Bedeutet, lade ich beispielsweise eine Audio-Datei bei Soundcloud hoch zu einem wichtigen Suchbegriff, dann wird diese Audio-Datei über verschiedenste Orte gefunden. Die Menschen kommen auf Soundcloud, hören sich das an und kommen dann auf meiner Webseite. Rechts davon sehen Sie, was für Elemente können Sie platzieren. Video, Bild, Text, Audio und auch das können Sie direkt herunterladen. Diese Tabelle gebe ich euch natürlich zur Verfügung. Jetzt ist es natürlich so, das ist sehr, sehr aufwendig. Und wir haben eine Möglichkeit gesucht, wie wir das noch einfacher gestalten können. Wir haben uns mal angeguckt, was sind so die Top-Seiten in deutscher Sprache, wo am meisten Traffic vorhanden ist. Da haben wir zum Beispiel Google, wir haben YouTube, Google.de, Amazon. Das heißt, auf diesen ersten vier Seiten, die wir hier haben, ist per Zufall auch ein Suchverhalten vorhanden. Bei Google suchen die Menschen nach Lösungen im Suchfeld. Bei YouTube suchen die Menschen nach passenden Videos, auch wieder über das Suchfeld. Google.de, dasselbe wie Google.com, einfach die URL ist ein bisschen anders. Amazon, interessant. Amazon hat ebenfalls ein Suchfeld und das Schöne ist, jeder, der bei Amazon ist, will Geld ausgeben. Bei Google sucht man manchmal auch einfach Informationen, man weiß, ich bekomme das kostenlos. Auch bei YouTube habe ich kostenlos Videomaterial. Bei Amazon, wenn dort jemand etwas sucht, dann will er Geld ausgeben, weil bei Amazon gibt es nichts kostenlos. Dann haben wir noch Facebook, aber wie gesagt, Facebook, da kann ich jetzt eine Anzeige machen, ob die, die das sehen, interessiert sind, weiß ich nicht. Aber Amazon ist hochinteressant. Ich habe mir das mal ein bisschen genauer angeguckt und wir sehen, dass über 500 Millionen Besucher im Monat bei Amazon, auf deutscher Sprache sind das Amazon.de, 21% über Google. Das heißt also, dass Amazon sehr, sehr stark bei Google, bei Bing und den Suchmaschinen platziert wird. Zusätzlich hat Amazon Affiliates, die für die Produkte auf Amazon Werbung machen. Und was hochinteressant ist, ist, dass Amazon zusätzlich auch Google Werbung schaltet. Und nicht nur Google Werbung, sondern auch bei Bing, auch auf verschiedenen Portalen, macht Amazon selber Werbung für die Produkte, die jemand dort anbietet. Ich habe das mal analysiert. Das sind die Originalscreenshots von 2016. Da habe ich mal geguckt, was passiert denn, wenn ich den Suchbegriff eingebe, zum Beispiel Wasserpistole, Spielzeug. Da, egal ob Werbung oder nicht Werbung, Amazon ist überall vertreten. Fibrator, mal was komplett anderes im erotischen Bereich, auch da überall Amazon vertreten. Und ich habe mich da gefragt, ob es auch eine Möglichkeit gibt, Dienstleistungen, Affiliate-Links oder digitale oder physische Produkte zu platzieren und verlinken, ohne dass ich das, wie man es jetzt hier sieht, als Fibrator oder Wasserpistole, auf Amazon in Shop-Form hochladen muss. Weil, wenn ich mich da platzieren kann, dann bin ich eigentlich überall platziert, wo es für mich wichtig ist. Amazon hat zusätzlich einen Mega-Trust-Faktor. Aber ist es möglich, Dienstleistungen auf Amazon zu platzieren? Ja, es ist möglich. Wir haben eine Möglichkeit gefunden, wie wir über 3000 Leads in nur drei Monaten über Amazon ohne Werbekosten generiert haben. Überall bei den Suchmaschinen auf den Top-Platzierungen, sei das bei Amazon, bei Bing, bei Google. Wir haben Aufträge generiert, 191 Affiliate-Verkäufe, mehr Vertrauen und höhere Conversion, Verlinkungen auf über 6.721 Webseiten und das alles mit einem einmaligen Aufwand von 36 Stunden. Jetzt ist natürlich die Frage, wie hat man das geschafft? Und die Frage ist ganz einfach beantwortet. Wir haben das geschafft mit einem E-Book. Und jetzt denken sich vielleicht die einen oder anderen, ja, ein E-Book auf Amazon, was soll denn das? Aber ihr werdet gleich dieses mächtige Instrument kennenlernen. Es geht ja nicht nur einfach darum, ein E-Book auf Amazon zu platzieren, sondern es geht darum, massenhaft Leads und Sales zu generieren über ein E-Book. Das heißt, wir haben hier, sobald wir ein E-Book platzieren, automatisch Bewertungen. Wir haben automatisch Text, wir haben automatisch eine Landingpage bei Amazon, die natürlich überall bei allen möglichen Orten, sei das Suchmaschinen, Affiliate-Seiten, platziert wird. Wenn wir mal schauen, es ist extremst schnell erstellt. Das ist jetzt ein Buch zum Thema Sales-Funnel-Marketing, Schritt-für-Schritt-Anleitung zur automatisierten Kundgewinnung und Umsatzsteigerung mit Sales-Funnel-Marketing. Das heißt, ich muss ja nichts anderes machen als ein Word-Dokument. Ich mache 50, 60 Seiten, die ich schreibe, zu einem Fachgebiet, zu meiner Dienstleistung, zu meiner Beratung, zu meinem Angebot, zu meinem Produkt, was ich verkaufe. Das heißt, ich habe extremst tiefe Produktionskosten. Es ist überall griffbereit, es ist ja digital, das heißt, auch die Links in diesem Buch können nur angeklickt werden und schon lande ich auf der dementsprechenden Seite. Jetzt kommt ein ganz wichtiger Punkt. Es generiert Vertrauen. Das heißt also, wenn jemand dieses Buch liest, Sales-Funnel-Marketing, und ich habe da wertvollen Inhalt platziert, das heißt Mehrwert, und der sagt, hey, das ist genau das, was ich gesucht habe, super erklärt, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass er sich weitere Informationen bei euch anschaut, dass er das Telefon in die Hand nimmt und euch sofort anruft. Wir haben hier das Ding 2015 platziert und wir haben heute noch jede Woche Anrufe zum Thema Sales-Funnel-Marketing. Das sind nicht irgendwelche kleine Aufträge, sondern Großaufträge. Das heißt also, es generiert extremst Vertrauen. E-Mail-Adressen sammeln können wir ebenfalls, komme ich dann gleich dazu. Wir haben Platzierungen in Suchmaschinen, wir haben automatisierte Einnahmen, einerseits dadurch, dass wir hier Buchverkäufe machen, das heißt, wenn das E-Book verkauft wird, man sagt ja mal ein Kindle-Book, dann habe ich 70% an Themen. Das heißt, nehmen wir mal an, 10 Euro, da hätte ich 7 Euro Profit. Das heißt, eigentlich nutze ich das ja als Werbung, aber ich verdiene gleichzeitig noch direkt bei jedem Verkauf. Das nächste ist ja, dass er dann auf die Webseite kommt und dementsprechend die Handlung macht, das Produkt kauft, das Angebot in Anspruch nimmt. Und da verdienen wir natürlich noch mal mehr, weil das natürlich ganz andere Preise und Angebote sind. Also hier noch ein paar Screenshots, wo wir überall platziert sind, sei das bei Google, sei das bei Bing, sei das auf über 6000 Affiliate-Seiten. Das sind meist auch, nehmen wir mal einen Blog an, einen News-Bereich, der automatisiert von Amazon passende Elemente einbindet. Nehmen wir mal jetzt mal an, sie sind auf einem Online-Marketing-Blog, zum Thema Online-Marketing, da würde zum Beispiel jetzt dieses Buch rechts eingeblendet werden, ohne dass ich selber was dazu tue. Was ebenfalls hochinteressant ist, ist, dass eben Amazon Werbung schaltet. Das heißt, wir sehen jetzt hier ein wunderbares Beispiel. Ganz oben eine Anzeige von Amazon direkt auf mein Buch. Auch hier ein zweites Buch ist jetzt noch bei diesem Print-Screen nicht an erster Stelle platziert, sondern an zweiter Stelle bei Amazon. Das ist das E-Book Keyword-Analyse, wie man eine qualitative Keyword-Analyse macht. Auch hier sehen wir Werbung bei Amazon zu Keyword-Analyse. In diesem Fall nicht direkt aufs Buch, sondern auf die Kategorie nach Keyword-Keyword-Analyse. Das heißt also, wenn mein Buch eine hohe Relevanz hat, das heißt hier unten im Bild an Platz 1 oder 2 ist, jetzt hier ist es noch auf Platz 2, heute ist es natürlich auf Platz 1, dann ist es so, dass die Menschen ebenfalls über Werbung, die ich nicht bezahle, das macht alles Amazon, auf diese Kategorie-Seite komme und zusätzlich Verkäufe generiert werden. Vielleicht noch zur Frage, wie kann ich denn Leads generieren? Wenn wir hier dieses Cover ein bisschen anschauen, dann sehen wir inklusive Excel-Vorlage. Das heißt, in diesem Buch zur Keyword-Analyse gehe ich Schritt für Schritt mit dem Leser durch eine qualitative Keyword-Analyse durch. In diesen Schritten nutzen wir eine Excel-Vorlage, weil die extremst hilfreich ist für eine richtig gute Keyword-Analyse. Und in jedem Schritt nutze ich diese Excel-Vorlage. Also das heißt, was möchte denn der User, der Leser unbedingt haben? Natürlich dieses Excel-File. Das heißt, ich habe einen Link platziert, wo man sich diese Excel-Vorlage herunterladen kann. Das bedeutet also, jeder, der das Buch liest, holt sich die Excel-Vorlage und wir sammeln dadurch natürlich auch E-Mail-Adressen. Ebenfalls kann ich beispielsweise anstatt einer Excel-Vorlage ein Video machen, wo ich als Bonus anbiete. Oder ein Audio, zum Beispiel Meditationen, könnte ich eine kostenlose Meditations-Audio anbieten. Ich könnte zum Beispiel in fünf E-Mails erklären, wie man relativ schnell in einem Burnout wieder oben runterkommt, dass man sich wieder gut fühlt, wo man sich eintragen kann. Ich kann ein kostenloses Erstgespräch anbieten am Ende des Buches und das wäre dann mal Call to Action. Ich habe so viele Möglichkeiten, aus diesem Buch zu verlinken. Das Wichtige, was Sie verstehen müssen, es geht ja nicht nur darum, dass ich einfach ein Buch habe. Es geht darum, dass ich hier Mehrwert liefere, Vertrauen aufbaue und das Ganze auf einer Webseite habe, über die ich automatisiert Traffic generiere. Das ist das Wertvolle an dieser Strategie. Heißt also, wenn ich noch ein kleines YouTube-Video machen würde, auf welche, mit vielleicht zwei, drei Tipps, ich habe ja ein Buch geschrieben, ich habe in diesem Buch einzelne Kapitel. Das bedeutet also, ich kann ja einfach ein Kapitel erzählen und sage dann einfach, mehr dazu gibt es in unserem neuen Buch. Ihr findet das auf Amazon. Wenn ich also noch ein YouTube-Video hätte, dann habe ich über Google, über hunderte von Webseiten, über Amazon, über YouTube, über Bing und viele weiteren Seiten Traffic auf meiner Landingpage bei Amazon. Dort kaufen sich die Menschen das Buch. Das heißt, ich habe dort schon mal 70% Tantieme. Über dieses Buch, wenn ich vielleicht noch Affiliate-Links platziert habe, auch das kann ich als Unternehmer wunderbar anwenden, vielleicht gibt es Produkte, die zu meinem Hauptprodukt ergänzend sind. Oder ich nehme mal an, ich würde irgendwelche Kurorte empfehlen. Nebst meinem Hotel gibt es vielleicht noch andere Orte, wo ich empfehlen kann als Affiliate. Also auch als Unternehmer kann ich natürlich Affiliate-Links nutzen. Auch darüber werden Umsätze generiert. Dann hole ich die auf meine Webseite. Das heißt also, ich biete irgendwas an und generiere dadurch Leads. Über die Leads zusätzliche Verkäufe. Ich kann ja ein Funnel starten. Ich kann Vertrauen weiterhin aufbauen, Mehrwert liefern. Ich habe die Möglichkeit, beispielsweise die User, die über das Buch auf meine Seite kommen, zu verpixeln. Das heißt, ich mache ein Retargeting, strahle dann Facebook-Werbung oder AdWords genau für die Menschen aus, die mein Buch gelesen haben und sorge dann wiederum für Verkäufe. Also auch das wäre eine wunderbare Möglichkeit, wie ich zusätzlich automatisiert zu Umsatz komme. Das bedeutet, wir sind mit dieser Strategie automatisch, wenn wir das mal hier angucken, auf den ersten vier der wichtigsten Seiten im Internet vertreten. Und nicht nur auf irgendwelchen Seiten, wo einfach mal Menschen da sind, sondern genau zu dem Zeitpunkt, wenn die nach meinem Produkt, nach meinem Angebot suchen. Jemand sucht bei Google Hilfe bei Burnout, kommt auf das Kindle, sagt sich, ja, das ist super, geiles Buch, hat positive Bewertungen. Das heißt also, der liest das Buch und kommt dann über das Buch auf ihre Seite. Das heißt, nutzt ihr Angebot. Das ist einzigartig und einfach phänomenal, was wir hier auch für Resultate erzielen. Das hier ist zum Beispiel das E-Book Keyword-Analyse. Wir bieten da zusätzlich ein Webinar an für 27 Euro. Also ein kleiner Preis, wo man nochmal per Video sieht, wie man so eine Keyword-Analyse macht mit weiteren Unterlagen. Wir können natürlich auch einen Tracking-Link nutzen. Das heißt, wir sehen dann ganz genau, wie viele sind über das Buch auf die Webseite gekommen. Wir sehen jetzt hier alleine die durchschnittliche Besucherzeit. Hier in diesem Bereich bei 26 Minuten schlägt also alles andere. Auch die Conversion-Rate. Wie viele haben dann am Ende das Produkt in Anspruch genommen? Das heißt, dieses Webinar. Wir haben hier eine Conversion von 53%. 53%. Das heißt, über die Hälfte aller Besucher über das Buch konsumieren oder nutzen hier dieses Webinar. Warum? Weil durch dieses E-Book Vertrauen aufgebaut wurde. Dann haben wir Abschlüsse 108. Euro sind es 876. Das heißt also, total Umsatz gemacht durch diese Personen sind es 876 Euro. Eigentlich wäre der obere Bereich auch noch zugehörig. Aber spielt das keine Rolle, da das Tracking einfach noch nicht funktioniert. Nehmen wir jetzt einfach mal nur diese Sparte hier. Das heißt, ich kann dann auch direkt analysieren, was mir dieses E-Book bringt. Das war jetzt im August. Da wurde das Buch platziert oder publiziert. Und wir hatten da schon bis Ende August solche Resultate. Über 108 Kunden. Voll automatisiert. Monat für Monat. Heute sind das natürlich wesentlich mehr. Ein kleiner Tipp auch noch hier, den wir gemacht und super funktioniert. Bei Amazon gibt es einen sogenannten Blick ins Buch. Ich kann das auch gleich mal live zeigen. So, ich gebe da mal einfach Keyword-Analyse ein. Dann haben wir hier das Buch, Keyword-Analyse. Ich klicke mal hier auf dieses Buch drauf. Und wir haben jetzt hier einen Blick ins Buch. Wenn ich hier auf diesen Blick ins Buch klicke, auch hier haben wir die Möglichkeit, bereits einen Link zu platzieren. Also ganz, ganz wichtig. Somit haben Sie zusätzlich, wenn ich mal hier drauf klicke, kommen wir dann zu dieser Excel-Vorlage. Das heißt, ich habe hier zusätzlich Leads, die ich sammle, Kontakte, die ich generiere, von Menschen, die das Buch noch gar nicht gekauft haben. Bei Sales-Funnel-Marketing gebe ich auch wieder ein. Sales-Funnel-Marketing. Auch hier natürlich an erster Stelle. Jetzt gehe ich noch auf die Kindle Edition. Auch hier beim Blick ins Buch haben wir die erste Grafik integriert. Bei der ersten Grafik hier sehen wir jetzt, dass das Bild extremst klein ist. Das heißt, ich kann kaum erkennen, um welche Sachen es sich hier handelt. Ich klicke auf den Link, damit ich das Bild natürlich in groß anschauen kann, mir herunterladen kann. Unterhalb natürlich der Bonus für die Buchleser mit einem kostenlosen Minikurs als Opt-in, wo ich dann wiederum Kontakte generiere. Auch hier, das ist eine einfache Grafik. Das wird dann immer heftiger. Mal gucken, ob ich da ein Bild... 4. Da haben wir dann größere Prozess-Abbildungen, die man im Buch gar nicht mehr richtig anschauen kann. Da muss man also fast auf den Link klicken und kommt dann auf die entsprechende Seite. Auch das ist eine Möglichkeit, wie ich Menschen auf die Seite bringe und wie gesagt bereits im kostenlosen Buchvorschau platziert. Damit wir hier schon mal einen wichtigen Call-to-Action haben und Leads, Kontakte generieren oder eben auch Neukunden, ohne dass bereits das Buch gekauft wurde. Interessant sind natürlich dann die Statistiken, wenn man sieht bezüglich Conversion. Wenn man ja das Conversion-Tracking hat, sieht man das ja ganz genau. Wir haben jetzt die Besucher, die direkt auf die Webseite kommen. Das heißt, die haben irgendwo, sind die die URL oder über irgendwelche Kampagnen sind, die auf unsere Webseite gekommen. Dann haben wir ja eine Conversion. Das heißt, wie viele von den 100%, die einfach so auf die Webseite gekommen sind, haben am Ende das Produkt gekauft, die Dienstleistung gekauft. Das sind jetzt in dem Sinne 2%. Es können auch 10% sein. Das ist schon viel, 10%. Wenn wir analysieren über das Kindle, sind es über 56%. Das heißt, die, die das Buch gelesen haben und auf die Webseite kommen, die kaufen. Die machen eine Anfrage. Das bedeutet, warum ist das so? Ich erkläre Ihnen das nochmal. Durch dieses E-Book wird Vertrauen generiert. Es geht nicht darum, möglichst viel Umsatz bei Amazon zu machen. Natürlich geht es darum, viele Buchverkäufe zu haben, damit es viele lesen. Aber es geht nicht darum, bei Amazon viel zu verdienen, sondern es geht darum, durch den Mehrwert, den ich biete, in diesem E-Book Traffic zu generieren. Wenn dieser Inhalt also gut ist, dann habe ich hier immer wieder automatisiert Menschen auf meiner Webseite, die kaufen, die interessiert sind, die schon vorbearbeitet sind. Das heißt also heiße Traffic, heiße Kontakte, heiße Leads. Wir haben natürlich auch eine Facebook-Gruppe gemacht, wo wir die Menschen ein bisschen unterstützen, gerade bei dieser Strategie. Wir nehmen einfach mal hier ein Feedback raus. Und zwar haben wir hier den Ivo in den ersten fünf Tagen 1100 Downloads mit einem kleinen E-Book, das er gemacht hat. Gesunde Rezepte, 145 einfache, schnelle und günstige Gerichte. 1100 Downloads. Ich frage Sie mal, was haben Sie für Werbeausgaben, um 1100 Downloads zu generieren? Um Ihre Bekanntheit so zu steigern, dass wirklich 1100 Menschen sich mit ihrer Thematik, mit ihrer Person, mit ihrer Dienstleistung, mit Ihnen beschäftigen. Ich meine jetzt nicht nur so ein Ein-Minuten-Video angeguckt, das sind Menschen, die lesen das Buch. Im Durchschnitt haben wir bei allen zwischen 500 bis 1500 Downloads bereits in den ersten fünf Tagen. Und ja, aus meiner Sicht die absolut genialste Strategie überhaupt. Das heißt, wenn wir die Besucher selber generieren müssten, nehmen wir mal einfach an, wir hätten 1100 Menschen, die wir auf die Seite bringen und wir bezahlen im Durchschnitt 2 Euro pro Person, die sich was runterlädt. Dann sind das alleine schon 2200 Euro, die ich bezahlen muss, um die 1100 Downloads zu generieren auf meiner Webseite. Und dann muss ich ja wieder Geld investieren, dass die nächsten Downloads generiert werden oder die nächsten Anfragen, Kontaktanfragen. Und bei Amazon geht das einfach so weiter, völlig kostenlos. Die Erfolgsgarantie liegt in der Keyword-Analyse und der Bestseller-Strategie. Das ist ganz wichtig zu verstehen. Ich habe einen Buch-Titel und Untertitel. Und dieser Buch-Titel und Untertitel muss das entsprechend wichtige Keyword enthalten. Also nicht irgendwas schreiben, Dr. Behrends Spezialliteratur, das sucht kein Schwein, sondern sie nutzen die Keywords, die am meisten gesucht werden zu ihrem Angebot. Also wenn sie Burnout-Coaching anbieten und Burnout-Coaching wird oft gesucht, dann muss Burnout-Coaching in den Buch-Titel. Und dann haben wir noch den Untertitel und auch da ist wichtig, dass wir die relevanten Keywords nutzen. Ebenfalls sollten diese Keywords genutzt werden, um die Landingpage bei Amazon zu optimieren. Das heißt also, bei Amazon haben wir ja eine Seite, wo nebst dem Buch auch die Bewertung und der Text zu diesem Buch ist. Auch das sollte optimiert werden mit dem entsprechenden Text. Und natürlich die Top-Bestseller-Ranking-Strategie beim Start erzielen. Das heißt, es gibt eine einfache Methode, wie man das Buch als Top-Bestseller platziert bei Amazon. Ihr müsst euch vorstellen, es gibt hunderte, tausende von Büchern in einer Kategorie, beispielsweise Online-Marketing oder Gesundheit. Wenn ich in einer solchen Kategorie auf Platz 1 bis 5 bin, habe ich so eine hohe Sichtbarkeit, dass das Buch immer wieder gekauft wird, täglich. Und dadurch bleibt dieses Buch auch immer wieder weit vorne und sorgt dadurch für noch mehr Käufe. Da haben wir einen ganz einfachen Schritt-für-Schritt-Planung, wie man solche Resultate erzielt. Und auch dementsprechend natürlich dann eben die Downloads und Traffic auf der Webseite. Das heißt, diese zwei Dinge sind ganz wichtig. Einmal die Keyword-Analyse und auf der anderen Seite die Bestseller-Strategie. Ich habe die Strategie das erste Mal 2016 beim Internet-Briefing in Zürich präsentiert. Da waren 400 Teilnehmer, meist aus sehr großen Unternehmen mit einem Werbebudget von, ich sage mal, 30.000 bis zu einer halben Million pro Monat. Die haben zwar gesagt, hey, das ist mega krass, diese Strategie oder mega genial, aber so viel Interesse war jetzt nicht da, dasselbe umzusetzen. Dann 2018 bei den Affili-Days in Köln, bei verschiedenen Mentorings oder auch bei den Business-Days, wo ich das präsentiert habe, wo vielleicht eben nicht Unternehmen da waren mit Riesenbudgets, die waren einfach alle baff. Die sind am Ende des Vortrages zu mir gekommen, die sahen nicht gerade so aus, haben zwar geschrien, aber im glücklichen Sinne oder mich auch nach dem Vortrag angerufen und gesagt, das ist unglaublich, was du hier präsentierst. Hast du irgendwo eine Anleitung oder etwas? Ich hatte natürlich zu dem Zeitpunkt nichts. Ich habe einfach die Präsentation gemacht von der Strategie, die ich so umgesetzt habe, was für Resultate. Wir haben da auch Live-Beispiele angeguckt, auch in die Statistiken reingeguckt. Ich habe mich gefragt, warum schreien jetzt plötzlich alle nach dieser Strategie und habe dann auch eine Umfrage gemacht. Und was so rauskam ist, die meisten sagen halt, ich möchte Online-Marketing zur Neukundengewinnung nutzen, sehe aber vor lauter Wald die Bäume nicht. Das heißt, es gibt so viele Möglichkeiten, im Internet Werbung zu machen. Wie ich aber qualitative Werbung mache, ist eben dann ein anderer Punkt. Oder viele haben gar nicht das Conversion-Tracking installiert, machen zwar für viel Geld Werbung, es passiert aber nichts und sie können auch nicht sehen, wo denn die qualitative Werbung oder Traffic herkommt. Dann habe ich mich mit meinem Kollegen Jens Neubeck dahinter gemacht, die komplette Strategie als Schritt-für-Schritt-Leitfaden zu erzeugen. Das heißt also, wir haben Videos gedreht, wie man an die Content-Produktion geht, wie man eine Keyword-Analyse macht. Es ist also ganz einfach in ein paar Videos, wo ich diese Strategie umsetzen kann. Und Simple Profit, so heißt das Produkt, das Schulungsangebot, das kann noch viel mehr. Denn nicht nur bei Amazon kann ich mein E-Book platzieren, sondern bei E-Book Store, bei Google Play Store, bei Thalia, da gibt es ganz viele Portale. Und wir haben ein Tool, wo wir zeigen, wie man mit einfachen Schritten sein E-Book, was man jetzt bei Amazon hochgeladen hat, ebenfalls auf andere Portale hochladen kann. Das heißt also, es geht ja immer nur darum, im Online-Marketing Content zu streuen, das heißt Werbung zu machen. Dieser Content sollte möglichst qualitativ sein und Vertrauen aufbereiten. Das machen wir in Form dieses Kindle Books. Das ist unser Element, wo wir Vertrauen aufbauen und den Leser dazu vorbereiten, eine Handlung auf unserer Webseite zu machen. Je mehr wir jetzt diesen Content und je einfacher streuen können auf wichtigen Portalen, je mehr Menschen das Ding lesen, desto mehr Traffic habe ich natürlich jeden Monat auf meiner Webseite. Das heißt die Simple Profit Strategie, da haben wir einen PDF, eine Komplettanleitung als Download im Wert von 297. Wir haben einen Begleitkurs mit zahlreichen Videos. Das sind meist kurze Videos, 5-6 Minuten, weil wir gesagt haben, anstatt ein Riesenvideo für 2 Stunden, machen wir lieber kleine Videos, wo man Schritt für Schritt vorwärts geht, um genau dieselben Resultate erzielen zu können. Wir haben regelmäßige Livestreams in unserer Facebook-Gruppe. Ich habe da einfach mal einen Wert von 500 Euro reingetan. Dann haben wir lebenslanger Support, denn auch in dieser Facebook-Gruppe oder über unseren Support unterstützen wir die Unternehmer. Wir geben Tipps oder wenn sie das Cover-Bild gemacht haben, geben wir Feedback oder wenn sie sonstige Fragen haben. Dann haben wir einen Bonus-Workshop integriert. Das ist der YouTube-Workshop, weil es ja wichtig ist, dass ich vielleicht auch noch ein kleines YouTube-Video dazu mache. Also im Gesamtwert von 1.491 Euro haben wir hier ein Komplettpaket erstellt, wie Sie in einfachen Schritten das Ganze umsetzen können. Heute in diesem Training für Kunden und Freunde investierst du für diese Strategie natürlich keine 1.000 Euro, auch keine 800 Euro, keine 400 Euro, sondern heute in diesem Training und solange dieses Training online ist, haben wir diese Möglichkeit für alle unsere Kunden und Freunde für 297 Euro zugänglich gemacht. Das heißt, mit dieser Investition hast du eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, um dein Online-Business aufzubauen, eine vollautomatisierte Lead-Maschine, die dir täglich Neukunden-Leads und Umsatz generiert, zu erstellen, ohne dass du Werbeausgaben haben musst, Online-Marketing-Profi sein musst, 600 Seiten lesen oder 10 Stunden Video anschauen musst, ein Technik-Freak sein musst oder, oder, oder. Und wir haben noch einen draufgelegt. Und zwar haben wir gesagt, wir machen einen absoluten Bonus bis Ende des Monats für alle Spezial-Training-Zuschauer und das ist die Keyword-Analyse. Das ist ja ein ganz wichtiges Element, damit diese Strategie funktioniert. Und vielleicht hat der eine oder andere noch keinen Zugang zu einem Keyword-Tool oder wir nutzen zum Beispiel den Keyword-Planner von Google. Und da haben wir gesagt, damit das der Umsetzer, der Interessent, der Kunde, das möglichst schnell umsetzen kann, bieten wir ihm an, dass wir die Keyword-Analyse machen. Völlig kostenlos obendrauf. Das heißt, du sendest uns deine Begriffe, wo du denkst, die sind passend zu meinem Angebot. Wir analysieren es mit einem Keyword-Planner und senden dir ein perfekt sortiertes Excel-File mit allen Keywords zu. Alleine das im Wert von 290 Euro legen wir natürlich nochmal oben drauf für alle, die bis Ende des Monats bei uns bestellen. Was bezahlst du für Werbung? Nehmen wir jetzt mal an, man würde die 297 Euro ausgeben, anstatt für die Simple Profit-Strategie, einfach um Werbung zu machen. Nehmen wir mal an, der Klick würde 20 Cent kosten, dann haben wir 1485 Besucher. Mit Simple Profit habe ich Traffic auf Lifetime. Das hört nicht auf. Nehmen wir mal an, die 1485 Besucher auf der Webseite, 5% davon würden kaufen oder würden sich irgendwo eintragen. Das heißt, wir hätten 75 Leads. Mit Simple Profit haben wir 50 bis 500 Leads in den ersten 5 Tagen. Plus Tantemen auf Lifetime. Also auch das wieder ein riesengroßer Vorteil. Wenn man sich fragt, was ist denn bei einem Produktkauf, bei einem Schulungskauf ganz wichtig, wenn ich irgendwo in Weiterbildung investiere, dann natürlich, dass es schnell umgesetzt werden kann. Und das ist eine Strategie, die wirklich schnell umgesetzt werden kann. Ich brauche ja nur ein Word-Dokument, ein bisschen was schreiben und ein Produktbild. Es bietet einen extremen Mehrwert, den ich individuell einsetzen kann. Ich kann das Kindle auf meiner Webseite platzieren. Die denken, der ist Autor. Das generiert auch schon mal Vertrauen. Die wissen ja nicht, dass ich kostenlos bei Amazon Autor werden kann. Es gibt eine Support-Gruppe, wo wir einander unterstützen. Was auch ganz wichtig ist, ich habe einen schnellen Break-Even-Point. Ich möchte ja, dass die 297 Euro, die ich investiere, auch schnell wieder zurück sind in meiner Tasche. Und auch das haben wir natürlich mit dieser Strategie, weil sie so schnell und einfach umsetzbar ist. Und auch die Wirkung natürlich extrem ist. Es ist ganz einfach. Ich brauche keine 100 Tools. Ich brauche keine zusätzlichen Dinge zu kaufen. Es macht Spaß und für viele ist natürlich auch der Prestige ein wichtiger Punkt. Hey, von mir gibt es da ein Kindle, was ich platziert habe. Und es macht natürlich auch Spaß, wenn man dann weiß, man hat etwas geschafft und man ist vertreten als Autor auf Amazon mit einem Produkt, was jeden Tag, jede Woche Leads und Umsatz generiert. Wenn man jetzt sagt, okay, ich bin schon ein bisschen älter, geht nicht. Hier ein wunderbares Beispiel von Helmut Tietz. Wir werden dann auch weitere Videos noch platzieren mit Feedbacks von Kunden, die das umgesetzt haben. Helmut ist über 70 Jahre alt, ist hell begeistert. Er ist im Bereich Coaching tätig und generiert mit seinem Buch jede Woche neue Leads und Neukunden. Was wir zusätzlich noch gerade am Integrieren sind, sind zusätzliche Plattformen. Das haben wir jetzt bereits abgeschlossen. Das heißt, wie kann ich beispielsweise mein E-Book auf zusätzlichen Plattformen publizieren? Nicht nur auf Amazon, sondern eben auch Play Store. Und was auch interessant ist, wenn ich ja schon den Text habe, könnte man dadurch noch ein Hörbuch platzieren. Zum Beispiel bei Audible und ganz vielen weiteren Portalen. Das heißt, auch hier im Wert von 800 Euro, alle die bestellen, erhalten ein kostenloses Lifetime-Upgrade, solange wir dieses kostenlose Training hier auf unserer Seite platziert haben. Das heißt also im Gesamtwert von über 2.191 Euro, wo Sie heute und in diesem Monat nur 297 Euro bezahlen, inklusive dem Bonus für das Lifetime-Upgrade und der Keyword-Analyse. Oftmals gibt es natürlich auch Fragen, wie funktioniert das Ganze, wenn ich bestellt habe. Direkt nach der Bestellung erhalten Sie einen Zugang in den Member-Bereich. Auch das kann ich vielleicht kurz zeigen. Wir sehen auch hier nochmal die komplette Präsentation zur Strategie. Wir haben die Einführung. Das sind alles kurze Videos, 8-Minuten-Videos. Dann haben wir den Key-Placement-Check. Dann haben wir die Marktanalyse. Das heißt, wir müssen ja meist ein Thema finden, was sehr gut ist. Auch hier ein 5-Minuten-Video. Also Themenanalyse mit Google. Dann Answer the Public, ein mega geniales, kostenloses Tool, wo ich genau sehe, wie Menschen nach meinem Thema suchen. Dann habe ich auch schon automatisch Ideen für den Buchinhalt. Weil das ist auch immer so die Frage, ja, was schreibe ich denn in so ein Buch? Wir schreiben genau das, was die Menschen zu ihrem Thema suchen oder zu ihrem Produkt. Und dann kann dieses Buch nur extrem relevant sein. Dann die Keyword-Analyse. Dann geht es weiter in die Erstellung. Da haben wir zum Beispiel die Content-Erstellung, Lektorierung, Call-to-Action. Das heißt, das ganze Linksthema, Links kürzen, tracken, Copyright, Kindle-Cover erstellen, Dateiformat und Download. Und dann geht es schon hin zum Upload bei Amazon. Also wie erstelle ich einen Account? Wie kann ich mein Autorenprofil erstellen? Alles völlig kostenlos. Dann haben wir beispielsweise die Bestseller-Strategie. Wird auch wieder alles erklärt, Schritt für Schritt für diese Bestseller-Strategie. Wir haben sogar hier noch zusätzliche Free-Traffic-Möglichkeiten hinzugefügt. Wie ich das Buch zusätzlich nochmal pushen kann, sind kurze Videos, Schritt für Schritt alles erklärt in diesem internen Bereich. Die Zugangsdaten werden sofort zugestellt nach dem Kauf. Vielleicht noch kurz zum Team, was im Hintergrund steht. Alleine jetzt für diese Strategie. Wir haben einmal den Philipp. Philipp ist zuständig für die ganzen administrativen Prozesse, Zugänge etc. Wir haben die Sam. Die Sam ist Grafikerin. Sie macht auch für Kunden beispielsweise ein Cover. Das heißt, wenn Sie jetzt beispielsweise sagen, uff, ich bin nicht so der Designer, ich brauche da ein wirklich qualitatives Cover. Die Sam erstellt Ihnen ein wunderbares Cover in super guter Qualität. Dann haben wir hier meine Wenigkeit. Ich habe mit dem Jens zusammen den ganzen Schulungsbereich aufgestellt. Ich stehe Ihnen auch zur Verfügung im Support. Wir haben die Angelina. Die Angelina hat einen eigenen Verlag. Schon seit Jahren hat dann durch die Strategie, die Simple Profit Strategie, konnte sie die Umsätze von deren Büchern massiv steigern. Und wir haben dann gesagt, hey, ist mega interessant. Sie hat auch ganz, ganz viel in unserer Gruppe Support gemacht. Und wir haben sie dann gefragt, ob sie nicht bei uns im Team sein möchte, um die Menschen in der Facebook-Gruppe zu unterstützen. Das heißt, sie ist hauptsächlich da, um auch auf Fragen zu antworten und reagieren, wenn ich und der Jens beispielsweise unterwegs sind. Somit haben wir eine durchschnittliche Antwortzeit von 6 bis 16 Minuten. Das ist sehr, sehr schnell. Und wir haben natürlich am Schluss noch meinen werten Kollegen, den Jens, den Partner, mit dem ich die ganze Strategie aufgebaut habe. Das ist das Team, was wir im Hintergrund haben, wo Unterstützung bieten kann. Sie können uns auch jederzeit über info at salesangels.org eine Kontaktnachricht schreiben. Ja, das war es von meiner Seite. Sie haben jetzt die Möglichkeit, direkt unterhalb Simple Profit zu erwerben. Wenn Sie Fragen haben, fragen Sie einfach bei unserem Support nach. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken und hoffe, dass wirklich das eine oder andere für Sie dabei war, wo Sie sagen, hey, das kann ich für meine Unternehmung gebrauchen. Ob mit oder ohne Simple Profit, ich wünsche Ihnen ganz, ganz viel Erfolg in Bezug auf Traffic und Umsatzsteigerung und würde sagen, wir sehen uns vielleicht in einem weiteren Video.